PSX TV immer noch in Klauseln, bei mir ist die Katrin, Chantel. Euch gefällt es hier? Gefällt es euch in Klauseln? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, alles geht richtig ab. Okay, habt ihr schon was getrunken oder? Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, lasst eure Grüße los. Wen möchte ihr grüßen? Wir grüßen Tomati. Wir grüßen Beat Delusion und Pink Acid. Sonst noch? All die mich kennen in meiner Familie. Selber. Dann euch noch viel Spaß. Danke. Danke.